So, und da sind wir wieder! Ah, glöcki, ähm, schuh! Und einmal das da! Die Sonne ist jetzt weg, von daher sollte es jetzt ein bisschen angenehmer zu spielen sein. Warum ding ich rumdrehe herum? Und man weiß es nicht, aber gut! Aber gut! So! Ich glaube, ich habe etwas gehört! Okay! Alle, ja! Eigentlich in sehr schönen Map, weil die so schön verzweigt ist und so schön... Aber ich glaube mal, mit Project Protality sind halt einfach alle Maps schwer! Brauchen wir uns gar nichts vormachen, ist so! Mal ein bisschen aufrollen, bevor die uns aufrollen! Wow! Alter! Ja! 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 Dann habe ich ja keine Schlagera einfache! Oh, hier! Ich bin der Punkt. H MAX? cool! Was parade Leute irgendwie nur da? Okay Was ist das? Jaaa Ich bin echt nicht fast wie schon Aber das ist nicht gut Danke so Jaaa Oh mein Gott Guck mal. Die Wurm von Teleporter. Achtung. Oh, das hätten wir. Oh! My friend is dead. Ist aber traurig. Ok, machen wir noch nicht. Dann müssen wir noch mal hoch. Und da oben mal in die Tür reinschauen. Ah, da oben. Oh, die Nervensegen. Gott dammit. So. Speisen wir mal. So. 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 Ich habe noch einen Knopf in der Seite. Ha ha! Oh, okay. Ich habe noch einen Knopf. so, da ist auch noch eine so oh, alter, was ist denn das, wer schießt denn hier? oh oh, alter alter, was ist denn hier? danke schön oh oh damit habe ich mich dann voll selber getroffen du hast 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 das du hast du hast dir ist das was macht gerne du hast was Ja komm Hä? Ach die... Scheiße Hallo, Alter Ich war blöd tot Wie ist denn hier raus? Ach Gott Na komm Ach, das geht doch gar nicht Neuladen, komplett Neuladen So Geht doch Ich r belief, dass er recall Obwohl du mich Und ide Und ide in den und ide und ide und ide und ide Okay. Okay. Das hätten wir. Speisern wir mal. Okay. So, Alter. So, Alter. So, Alter. Wie erwische ich ihn am besten? Wo ist denn das Bote? Hä? Ist das denn er jetzt tot? Da steh ich nicht, aber gut, so ist richtig Ach Manni, komm her So Da geh ich nicht mehr lang, das ist mir erstmal zu unsicher Ich mach erstmal hier den Weg frei So Geht der ganz kurz ab hier Geht Boah, Alter! Wie fühlt er denn aus? So, das hier ist auch wieder eine Falle. Okay, hatte ich mir ein bisschen schwieriger in Erinnerung hier. Laut meinen Kopfgehundprozesse waren ja noch ein paar mehr Personen. Na komm, na. Hat sich nicht gerade jemand geschossen? Gut, dann nicht. So, wo komme ich jetzt an den gelben Skulp ran? Da hinten? Ah, bitte. Ja, ich hab Angst. Ja, ich hab Angst. Ich muss jetzt in die rote Suppe, wahrscheinlich muss ich dafür da rein. Dankeschön. So, hier ist jetzt langsam gehen gefordert. Okay, hab ich ja schon. So. Dann suche ich mal jetzt ein bisschen nach Secrets. Da sind ein paar gefunden. Zumindest glaube ich das, und das finde ich kalt. Hä, wo war die denn? Achja, hier vorne. Da, da. Das war schon? Ist das jetzt eher so lame? Und so. Wo geht's da eigentlich hin? Achso, Momentwo. Ist einfach nur... Hält doch, da geht's doch rum vorhin. Ah, da schau ich mir an, ich weiß ja noch gar nicht. Oh, siehst du, wo ich schon gewohnt mitnehmen. Wobei, soviel ist jetzt hier auch nicht mehr. Wir brauchen eigentlich bloß Schrot, oder? Ja. Schrotflint ist alles, was wir gerade brauchen. Wer hat mir ja die Schrotflint benutzen sollen. Äh, die anderen. Ah, gut, wobei, jetzt geht er noch. Oh, siehst du? Oh, siehst du? Oh, da. Gut, naja, auf ins Ziel. Hm, Raketen aber auch keine mehr, okay. Oh, die kriegen wir hier aber auch, glaube ich, nix für welche? Nicht, dass ich wüsste. Von daher passt das so. Jo, das war mal wieder ein etwas schwierigeres. Die waren eigentlich alle, vor allem die vorigen. Ist halt die vierte Episode, ne? Ist halt die Gangster-Episode. Vor allem, ähm, wie gesagt, die vierte Episode, die kam auch erst später mit hinzu. Äh, ja. Von daher ist es sowieso ein bisschen anders. Von daher, bis gleich.